Am 16. Januar lud Ministerpräsidentin Manuela Schwesig rund 300 Gäste aus der Politik auf Bundes- und Landesebene, den Vereinen und Verbänden sowie den Ehrenämtern in die Stadthalle Greifswald zum Neujahresempfang ein. Für das Jahr 2023 sieht Manuela Schwesig Zusammenhalt und Zuversicht als Schlüssel für die Zukunft Mecklenburg-Vorpommerns. Das Wichtigste für unser Land im kommenden Jahr ist, dass wir zuversichtlich bleiben und zusammenhalten, trotz der vielen Krisen. Und für mich ist das das Wichtigste, dass wir unser Land gut durch die Energiekrise weiter steuern, dass die Energie sicher bleibt und auch bezahlbar bleibt. Und ich denke, was uns alle eint, ist, dass wir uns Frieden wünschen. In ihrer Rede betonte Schwesig, dass auch im Jahr 2023 mit Unterstützung zu rechnen sei, um Fortschritte in allen Lebensbereichen zu erzielen. Zu Beginn der Veranstaltung spielte das Landespolizeiorchester, außerdem präsentierte das Theater Vorpommern einen Ausschnitt aus seinem neuen Stück Mozart. Ebenso wurde der Verdienstorden des Landes Mecklenburg-Vorpommern verliehen. Mit ihm ausgezeichnet wurden Sabine Kirton, Landesvorsitzende der Frauenhilfsgruppe Krebs, Dr. Heike Müller, Vorsitzende des Landfrauenverbandes und der heimische Künstler Günter Oecker. Das war's, weiniglich. Das war's, was wir bei uns. Ein Juliette vonAy Auch er optimistisch sind die Macht, also werden mit dem Team Jumper going, Mit 오늘은 hochlandish alemsteig dieata Road in mittleren werden als Vorstocker gupt.